Heute lassen Sie sich aber zeigen. Und Sie? Everything okay? Also, der ist easy. Wir warten noch auf einen Spieger, Thomas. Achso, Entschuldigung. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Wer ist denn das hier? Basti, Bahnsteiger, Jungs! Ich habe es immer noch nicht getan. Wer ist denn das hier? Willkommen, Basti. Jungs, wir haben Ehrengast. Super, Basti. Jungs, vom Anlauf heute. Wir fahren fünf Minuten auf dem Fahrrad rein. Let's go. Okay, jetzt kommt fünf Minuten ganz locker einfahren. Nochmal. Ich habe es nicht leicht. Ich finde es nicht gut. Ich habe es nicht gut. Ich kann sie nicht gucken. Ich habe es nicht gut. Ich weiß es nicht gut, bin ich nicht. Ich habe es nicht tun. Ja. Genau. Noch so eine Minute, dann gehen wir auf die Matte, dann geht's los. Okay, auf geht's, gehen auf die Matte. Okay, wir machen noch so einen kleinen Warm-Up-Teil. Bisschen Mobilisation, bisschen Scratching vorher, bevor wir so richtig loslegen. Okay, warten bis alle so weit sind und dann zähle ich an. 4, 3, 2, 1, go. Schritt, tap, Schritt, tap. Ja, mach den Schritt ruhig ein bisschen größer. Hände erstmal in die Taille nehmen. Hier so ein bisschen aus den Fußgelenken, aus den Knien, aus der Hüfte arbeiten. Bisschen Bewegung reinbringen, Schritt, step. Jetzt mal ganz ehrlich, das war wohl nicht alles, oder? Hier sieht man ganz schön kaputt aus, Basti. Where are you going? The Bundesliga on YouTube. Stay tuned for more Bundesliga action. Subscribe now. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Süßendioxid. Wie auch. Oh,... Wie auch.